Du warst ein böser Junge, sehr unartig. Dafür müssen wir dich leider bestrafen. Das wirst du doch verstehen. Stryker! Hey, haben wir Sie etwa aufgeweckt, Mr. Stryker? Ja, wir feiern hier eine nette kleine Party. Was ist? Haben Sie nicht Lust, ein bisschen mitzufeiern? Fertig! Abfahren, das Spiel geht los! Stryker! Was? Ich geh mal nicht umfällen! Danny! Danny! Hey, sieh dir mal den Macker an, der ist nicht schlecht. Pass auf, Jobbock! Hilfe, der macht ihn alle! Na! Nie verkehrt ihn! Ah! Wir werden uns verabschieden, Mr. Stryker. Aber du hättest dich besser nicht eingemischt. Jetzt ist es eine Sache zwischen dir und mir. Du wirst wissen, was es bedeutet, mein persönlicher Feind zu sein.